Diese Zähne ver pertaining zu diesem Schaaf in der Verhandlung Die Taten werden dann wieder verankern und dafür zählen. Ich habe auch noch einen Schaaf, Jetzt aber auch über die Schaaf im Undead zu Hause. Ich bin jetzt von dem Rennen. Die Taten werden dann wieder verankern. Wir können doch auch ein Gmbad auf Clair sagen. Das ist eine Erfolge und Zähne, Oh, schonmal nicht. Weil das schonmal kein schlechter Ansatz ist. Das Spiel will nicht darum laufen, niemand forschen. Äh... Wir wollen nicht zurück. Ähm... Vielleicht zurück. Wir müssen aber hier relativ bald ein neues kommen, oder? Fast. Sehr fast. Das wäre gut, wenn wir den beibehalten würden. Und ganz schnell hier. Lernen wir den blauen da neu. Und warten die hier ab. Das machen wir dann in aller Ruhe. Und hier brauchen wir den blauen. Und dann schluss da. Und dann schluss da. Da müssten wir ja schon das Ende sehen. Äh... Blauer hier. Ein blauer dort. Ich hoffe, der blaue war gut. Ich hoffe, der blaue war gut. Dann müssen wir es nochmal von vorne machen. Wenn wir jetzt hier irgendwie auf eine neue Plattform aufschwenken. Dann haben wir es schon fast. Hier kommt ja eigentlich rüber. Ah, ja genau. Jetzt sind wir hier. Sie sagten mir, dass die Kamera noch nicht vorbei ist. Alter Schwede. Klar ist der Ausgang. Holy shit. Ist das? Ich hoffe, die tag ist jetzt hier. Was? Gut, ich habe eine Idee. Okay, das ist schlecht. Wussten Sie, dass Sie die Mädchen selbst hier zu von Aperture Science eines oder alle ihre Organe schwenken können? Ganz recht. Das ist nicht geplant. Ist doch endlich raus aus dieser Kammer. Holy shit. Die Kammer war extrem. Militärische Tests. Oh, der wird schon scharf geschossen. Oh, scheiße. Okay, wir müssen irgendwie die Gegner ausschalten. Ich würde uns ausschalten. Hallo. Wie ist das? Oh, scheiße. Suche. Tiefschlaf. Hallo. Aha. Ich kann es sicher selbst ausschließen. Ausschalten. Nicht die Strahlen kürzen. Nicht die Strahlen kürzen. Nicht die Strahlen kürzen. Ja. Ja. Natürlich. Ich kann es so ein bisschen durchschnechen. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich glaube, die ist weg. Ist kaputt. Hallo. Suche. Ist nichtsше buziella? kh Peter und schance die castsких служen. Oh, чтобы nicht die Strahlen. Oh, nein. Ich will nicht die Strahlen mehr von uns. Oh, oh... Ich hasse dich nicht. Sehr schön. Hallo? Sie haben verloren. Schleppchen? Ist dort jemand? Ähm... Schleppchen? Ist dort jemand? Ähm... Schleppchen? Ich komm mal den jetzt rein. Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Aber auf den Untergrund können wir den auch nicht schießen. Deswegen... Schleppchen? 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 Kann man da irgendwas machen? Irgendwann können wir nicht schießen. Schleppchen? 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 Da bist du? Scheiße. Noch jemand da? Tiefschlaf? Suche? Hallo? Schleppchen? Das könnte knapp werden. Ach, 24! Ui! Scheiße! Guter Checkpoint. Schleppchen? Ja! Oh nein! Noch jemand da? Noch jemand da? Ist dort jemand? Äh... Ja, toll. Raus hier! Ja! So nicht. Just... ... ... ... ... ... Ja, scheiße, das ist ein Kreuz an der Decke, wo wir ihn schießen müssen. Wie schießen wir dahin? Wo ist der andere? Nur wenn ich hier runterspringe, dann habe ich den anderen, dann habe ich den anderen an der Balken. Das ist schlecht. Gerne. Wir müssen erst die Noten ausschalten, aber wie? Es ist grün. Untertitelung des ZDF, 2020